Und wieder zurück zu einer weiteren Folge, Fortnite. So, ich hab jetzt nochmal geguckt hier, ja? Und zwar, ähm, mir ist grad was aufgefallen. Und zwar, guck mal, ich hab jetzt die Mission auch markiert, ja? Unsere DOR-Mission. Ähm, und zwar, ich soll ja in einer 34er-Zone diese Kisten finden. So, wenn ich hier rübergehe, guck mal, ploppt das nicht auf, ja? Die Mission hier oben, ja? Ploppt halt nicht auf. So, geh ich aber in dieser 34er-Mission, ploppt es auf. Also, kann sein, dass wir irgendwie echt in einer falschen Mission unterwegs waren. So, jetzt hätten wir hier nochmal Kategorie 2, Schutzbunker, ähm, was wären eigentlich jetzt eine coole Mission? Empfohlen für 4 Spieler, ähm, guck mal, hier ploppt es auch auf. Einfach nur den Sturmschritt verteidigen in der Stadt. So, ich würde sagen, wir ballern da jetzt rein, ja? Da ploppt auch das Ding auf, ja? Ähm, auswählen, so. Gut, ähm, damit ich euch aber nicht wieder zu lange, ähm, ich sage mal aufhalte, mehr oder weniger, ne? Ähm, sage ich einfach, ähm, pass auf, äh, äh, ich skippe jetzt einfach ein bisschen, bis ich seine Kiste gefunden habe, ne? Also, bis gleich. So, gut, pass auf, das hier ist eine Nahrungskiste. Ist, will mich das Spiel eigentlich verorsten, ey. Ich war noch in einer 34er Mission, hätte das Spiel auch sagen können, ey, du musst in einer bestimmten 34er Mission, ne? So, ich muss die LKWs anscheinend auch noch zerstören. Da ich hier irgendwelche Karten anscheinend brauche. Hey, ich habe vorhin so eine komische Interferenz gehabt. So ähnlich wie von Carlos' Ausrüstung. Das warst nicht du, oder? So, wir machen das auf jeden Fall. Wir haben nur rumgekartet, Karten angesehen, Straßen gesucht. Wenn du sicher bist. So, da oben ist noch eine Kiste anscheinend. Ich finde ein paar Wurmmobile für unsere Orientation. Äh, Orientierung. Wir finden schon was, wenn es geht. Okay, eine Karte, sehr gut. Oh nein, ich, äh, habe sie aufgefaltet. Äh, Moment kurz, ich, äh, lege sie wieder zu. Oh, das Problem löst man nur mit Feuer. So, hier ist ganz schön was los. Hilfe! Was, ey? Hilfe! Munition! Nein! Ah, Mann! Äh. Weißt du mir mal helfen, bitte? Was ist denn da los? Ach, da ist noch einer, okay. Dankeschön, mein Freund. Ah, nicht mehr tot. Party! So, ähm. Warte, hier ist noch ein Ausrufezeichen irgendwo. Wahrscheinlich hier drin, ne? Hier ist die zweite Kiste. Gut. Sehr schön. So, hier war aber eigentlich noch was ange... Was ist denn hier los? Bonus! So, fall um, du! So, eine Kiste. Zack, ne, war mit. Ähm, die LKWs hat der wahrscheinlich gerade eingesammelt. Kann das sein? Hier waren dann gerade noch so viele LKWs eigentlich. Naja, gut, dann ist das halt so, ne? Ähm. So, die Gruppe fühlt sich auch langsam. Okay. Warte mal, da ist noch ein Ausrufezeichen. Schnell hin, schnell hin, schnell hin, schnell hin. Wo ist denn das? Da hinten, okay. Alles klar. Da unten, okay. Also, ich tue jetzt... Ich versuche jetzt zumindest alles dafür zu tun. Ja, das ist zwar eine Karte, aber eine vom Durr Burger Kingdom. Nicht hilfreich. Äh, dass wir die Mission in dieser Folge auch gleich abschließen können. Das wäre echt cool. Es muss hier doch noch mehr Karten geben. Äh, war hier nicht gerade ein Ausrufezeichen? Ach, da unten. Und so. Da hinten ist noch ein Ausrufezeichen. Verteidigt gegen Hüllen! Du bist voll die Kartenfindemaschine! Perfekt! Nord, Süd, Ost, West. Voll die Kartenfindemaschine, okay, alles klar. Die dunkle Karten ist aller Zeiten alle in einer Karte. Rückgeschafft! Äh, irgendwo noch unter uns? Ach da. Na, komm her. Tschuldigung. So, haben wir. So, wie viel haben wir jetzt schon? Äh, 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 karten gesammelt, imitiert. Warum wird mir das nicht angezeigt? Diese Nahrungsmittel. Ist doch quasi meine Hauptmission. Hätte doch wenigstens die angezeigt werden können, oder? So, die Karten nehme ich definitiv auch mit. Äh, warte mal, ich muss da rüber. Warte mal, wir gehen zuerst da hin. Ja, die Monster interessieren mich grad nicht. Da unten ist er. Okay, wir wissen, wie man in die Wüste kommt. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wie wir in die Wüste kommen. Hm, es muss doch einen Weg geben. Ja, den finden wir auch schon. Keine Sorge, Wade. Mal sehen. Ja, so, jetzt brauch mal. Boah, ernsthaft? Wenn halt so. Mir auch egal. Haha. So, äh, weitere Kiste. So, dann haben wir da hinten noch eine. Äh, der sagt mir immer noch nicht, wie viele Kisten, ne? Ich hab jetzt nämlich keinen Plan, wie viele uns jetzt noch fehlen. Aber viel kann echt nicht mehr fehlen. Boah, ich lauf jetzt einfach nochmal hier oben lang. Huh. Das wollte ich eigentlich nicht. So, wo ist eigentlich unser Teil? Hat da hinten baut schon einer? Okay, das ist etwa schon einer fleißig. Hier ist doch irgendwo ein Überleben. Der, der, der oben irgendwo, oder? Äh, kannst du mal helfen? Ja, ich gucke mal einmal, wo du bist, wa? Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Und bis bald. Ja, bitte. Ja, bitte doch. Ähm. Okay, er baut schon. Na, pass auf, denn... Äh, denn unterstützen wir ihn natürlich. Ähm. Können wir hier noch ein bisschen upgrade. Ah, schön wär's. Ja, das wird schon. Äh, warte mal, ich gucke mal ganz kurz... Warte mal, nee, hier war das nicht. Äh, wo waren das gewesen? Aufträge da. Tor. Wie viel haben wir denn? Ein, fehlt noch. Äh, vielleicht kriegen wir's noch hin. Warte mal, ich nehm mal das Hoverboard. Hover, Hover, Hoverboard, Hover, Hover, Hoverboard. Komm, einen noch, bitte, 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 bitte. Das muss ich ja nochmal so eine Mission machen. Komm, irgendwo muss doch noch ein Ausrufezeichen upfloppen. Bitte. Letzte Warnung. Bitte. Bitte, liebe Spiel. Boah, wie viel geht mir ich hier gerade quasi aufwecke? Eine Sturmtruhe. Eine unserer Drohnen ist beschädigt. Die Höhlen dürfen die Drohne nicht zerstören. Begib dich zur Absturzstelle. Und nee, sag mir jetzt bitte nicht, äh, in der Mission sind nur sieben Kisten. Das ist genug, Blue Glow. Bau jetzt Verteidigung um den Atlas auf und aktiviere ihn, sobald du bereit bist. Ich hab jetzt hoffentlich auch nix übersehen, oder? Hui! Einmal Skaterboy. Mist, ey. Ich glaube, das war's. Der steht ja auch noch hier. Wollen wir den mal anquatschen? Vielleicht kriegen wir auch unser Paketchen. Oh ja. Lass uns von hier verschwinden. Ja, nun gib mir das Paket. Danke. Ach, Mann. Müssen wir echt nochmal so eine Mission spielen? Oder beziehungsweise ich denn? Na gut, dann ist das halt so. Also auf den gehe ich jetzt, äh, denn, 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 denn. Die Drohne ist mir herzlichst egal sogar. Äh, ich mach mich jetzt auf den Weg zum Sturmschild. Wenn ich leider hier seine Kiste nicht mehr finde, seine Nahrungskiste. Das ist echt ärgerlich. Das gebe ich zu. Wie keiner die, wie keiner den Drohnenabsturz da macht. Ein wenig, äh, amüsant. Folgt der Mick echt immer noch, ja? Nein, gut. Warte nicht, jetzt kleines Kärschchen, du. Da unten gibt es noch mehr Stress. Oder, äh, wo ist denn das? Ist das irgendwie unter uns eine Höhle? Oder ist das hier? Ach da! Komm, lad nach. Komm, pass auf, wir gucken mal hier in der Höhle rein. Ey, wenn wir jetzt hier nochmal Malachit finden, ja, dann würde ich mich übelst drüber freuen. Leider nicht. Ja, man kann ja nicht so viel Glück haben, ne? So, wie sieht's denn aus? Äh, Sturmschest. Äh, warte mal, wo waren die? Wo waren die, wo waren die, wo waren die? Da unten. Okay, da ist gerade keiner. So, von wo kommt denn die beiden Gegner? Von da? Ne? Aktivierung in fünf Sekunden. Du schaffst es, Kommandant. Äh, hat der jetzt eh schon gestartet. Guck mal, Höhlen! Loll. Okay, ich knoll dich ab. Kuchen! Let's go! Äh, sag mal, bin ich hier... Ne, bin ich alleine, okay. Alles klar. Boom! Das tut weh! Boah, alles hier voll mit diesen Bienenstöcken-Scheiß-Dings hier. Höhlenwesen wollen in die Festung. Äh... Ich war ein Bär. Schon wieder! Action, action, action! Klein, dreckige Zombies! Mach mal hier, mach doch schon, okay. Zermalma, freiem Fuß! Ich bin nicht. Ja. Danke nochmal an E-Force Garnet für die geile Waffe. Die ist ja leider bald kaputt. Vielleicht reicht's ja noch für diese Mission, aber... Bezweifel ist leider ein wenig. Zum Angriff! So, Bärschirn-Attacke! Oh, ich krieg's ja mal hier Action. Oh, relativ ruhig gerade. Wir hatten ja hier eigentlich eine 58er-Deckenfalle. Cool. Äh, äh, äh. Gefällt mir. Ein weiterer Schritt in Richtung Ausrottung. Du schießt Mick nicht an. Ich schieße dir in dein kleines... ...Mäuchen. Oh ja, das wird wehtun. Du bist kein Bär. Kein Bär. Du bist kein Bär. Ich war ein Bär. Äh, äh, Bär. Der Dyer-Bär. Äh, ich hör irgendwas Großes wieder. Wo ist es? Wo ist es denn? Du kommst noch mal. Ja, du Olle. Extra. So, du bist auch Futschi. Äh, du bist auch Futschi. Äh, war vielleicht jetzt nicht ganz so clever. Hier ist gerade keiner. Ah, bis. Okay, ja, ich geb's zu. Ja, war ein kleines bisschen umsonst. Passiert. Ich war ein Bär. Ist das dein Ernst? Ja. Tja, gerade lief's ziemlich gut. Ja, jetzt kommt nochmal ein Schwumm, jo. Out. So, hier ist gerade ganz schön Action. Nehmt das, Sturmfreaks. So, ne Bär da unten reingesetzt. Der räumt da unten auf jeden Fall jetzt gut auf. Ah, gut, da brauchen wir euch, glaube ich, drum kümmern. Was? Ja, das da hinten vielleicht. Soll ich mir den Zarmalma schnappen, Kommandant? Warte mal, ich repariere mal hier eben. So, zwei Minuten noch. Dann da los. Äh, warte mal, da brechen sie auch gleich durch. Ich helfe mit. Ja, das ist sehr schön. Er hat sich stets bemüht. Ja. So, ich hab doch hier gerade irgendwas lautes Trampeln. Was ist das denn? Okay. Oh. Ah, haben wir noch. Ich hab's cool. So, eigentlich relativ naja, easy, sag ich mal jetzt nicht. Äh, der Gegner ist schon ganz cool. Oh, trotzdem ohne, ohne extrem in Bedrohung zu kommen, äh, geschafft, würd ich sagen. Na? Äh, was ist denn da los? Wie soll der drunter? Nur noch 30 Sekunden im Schaden. Sehr schön. Äh, nicht sehr schön, aber... Ich bin ein Schaden. Das ist mir wichtig, kein Bär. Nein. Okay. So, geschafft. Gut gemacht, Kommandant. Super. So, da gönne ich mir auch noch mal einen Schluck Kaffee. So, jetzt muss ich das trotzdem irgendwie noch mal spielen, weil mir fehlt immer noch eine, ähm, Nahrungskiste, ne? Gut. Na, kriegen wir auch hin. Alter, haben wir echt den meisten Schaden immer? Cool. Sehr, sehr nice. So, wie viel Erfahrung gab's denn? Komm, ich hab heute noch nicht gespielt, das müsste eigentlich auch, ähm, tägliche Erfahrungsdings geben. Level, Level? Äh, leider nicht. Schade. Na gut. So, was kriegen wir noch für eine Kiste? Da will ich jetzt gerne mal gucken. Äh, sollte eigentlich Skizzen-XP eine ganze Menge gegeben haben, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest war das, glaube ich, so. In der Missionsbelohnung. Gucken wir gleich mal, ne? Ja. Ladehähne. So, jetzt. Was bekommen wir denn schönes? Ähm, 74, ja. 2200, 2280. Jedenfalls ist das andere auch davor, ne? Ach ja, Karten. Ah, 500 Dings gab's. Gut. So, pass auf. Die eine Kiste, die, ähm, die mach ich jetzt noch selber. Also quasi ein Offscreen, ja. Da muss ich euch jetzt nicht mit langweilen. Ähm, gut. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Macht's guti. Schuhus. Haut rein. We'll be right back. We'll be right back. Tschüss. Wir sehen uns auf dem anderen Platz. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020